Was ist Ihr Plan für dieses eine, wilde und kostbare Leben? Bei LifeWave stellen wir diese Frage ständig. Denn wir glauben daran, dass Sie in Ihrem Leben die Möglichkeit haben sollten, alles zu verwirklichen, was Sie sich wünschen. Und damit sollten Sie heute anfangen. Wie eine Welle voller Energie, schön und faszinierend und doch unaufhaltsam. Manche Menschen sehen Wellen als Massenbewegungen, die in der Lage sind, den Status quo zu stören. Die die Macht haben zu verändern, was wir sehen und wie wir uns fühlen. Wir sind da, um Sie dabei zu unterstützen, Ihre eigenen Wellen zu erzeugen. Angefangen damit, dass Sie gut leben und sich auch gut fühlen, innen und außen. Denn wenn Sie sich optimal fühlen, dann sehen Sie auch die Welt mit anderen Augen. Mit mehr Energie und Optimismus. Mit der Kraft, durch Ihr Beispiel zu führen. Beziehungen zu anderen Menschen aufzubauen. Und neue Möglichkeiten zu schaffen. Die Chance, jeden Tag aufregender zu gestalten. Und sich mit Menschen zusammentun, die Sie inspirieren. Und die dabei helfen, aus Ihrem wilden und kostbaren Leben das Beste zu machen. Das alles beginnt hier. Das alles beginnt jetzt. Für Ihren Körper. Für Ihre Haut. Für Ihre Gesundheit. LifeWave. Machen Sie es Wirklichkeit. Machen Sie, dass es zählt. Machen Sie. Achtung. Wirklichkeit. Wirklichkeit. Vielen Dank.